Zurück in Berlin. Der gelbe Engel rückt erneut aus. Andreas Marek vom ADAC ist unterwegs zu seinem nächsten Einsatz und der entpuppt sich als echter Notfall. Hallo? Marek vom ADAC, schon guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin unterwegs zu Ihnen und werde so in knapp fünf Minuten da sein. Über seinem Bordcomputer bekommt Andreas die Schadensmeldungen. Auch hier scheint es sich wieder um ein Problem mit der Batterie zu handeln. Die Schadensangaben der Kunden sind nicht immer verlässlich, weil sie a, sowieso unter Stress stehen, dann ja auch technische Laien sind in der Regel und dann hat man noch so diesen stillen Post-Effekt. Also die sind am Telefon, der Call-Taker versteht vielleicht auch was falsch, sodass man nicht hundert Prozent sich drauf verlassen kann, dass das, was der Kunde am Telefon sagt, auch bei mir dann so ankommt. Der junge Mann ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Hilfe naht. Sehr schön, mit Parkplatz. Guten Morgen. Andreas Marek. Hallo. Wo geht's? Es geht darum, dass das Auto nicht mehr anspringt. Es ist jetzt schon öfters aufgetreten. Allerdings war es dann einfach so Starthilfe, Batterie gewechselt und dann ging es nicht mehr. Da es sich um ein wiederkehrendes Problem handelt, hat der Pannenhelfer einen ersten Verdacht. Die Lichtmaschine könnte die Batterie entladen. Um seine These zu bestätigen, fragt Andreas weiter nach. Wie oft ist das jetzt schon passiert? Zweimal. Zweimal. Ja. Okay. Und mit der neuen Batterie? Mit der neuen Batterie läuft es eine Weile. War jetzt immer unterschiedlich. So vier Wochen oder so. Und dann war sie leer vermutlich. Dann blieb der Wagen wieder stehen. Dann wieder Starthilfe. Wieder neue Batterie gekauft, eingebaut. Ging wieder. Die wievielte Batterie ist das jetzt? Das ist die dritte. Hat denn jemand mal die Lichtmaschine gemessen? Nee. War noch nie ein Kollege von mir hier? Nee. Der junge Mann hat das Problem bisher immer in Eigenregie gelöst. Eine teure Variante, denn eine neue Batterie kostet jedes Mal etwa 100 Euro. Okay, das ist ja lieb irgendwie, aber besser ist schon, wenn die Profis dran sind, oder? Da ist aber jemand wirklich sehr leidensfähig. Innerhalb eines halben Jahres mehrfach ein Auto, was nicht anspringt. Und dreimal die Batterie zu tauschen, ohne irgendwie eine Werkstatt zu konsultieren. Also Hut ab. Dann mal die Haube öffnen, bitte. Wie lange steht denn der Wagen jetzt? Über Nacht. Über Nacht. Bisher deutet alles auf die Lichtmaschine hin. Bestätigt sich diese Vermutung, wird es teuer für den Opel-Fahrer. Dann kommen nochmal 400 Euro obendrauf. Ist denn der Wagen mal während der Fahrt ausgegangen und spangt er nicht an? Nee. Der Pannenhelfer legt sein Mistgerät an. Und siehe da. Jetzt ist ja wirklich 0. 0,0 irgendwie. Das deutet jetzt dann aber doch eher auf eine Entladung hin. Bei dem Corsa hier ist ja die Batterie total entladen, also 0 Volt. Das deutet in den allermeisten Fällen darauf hin, dass nicht die Batterie defekt ist, sondern entladen. Denn eine defekte Batterie hat immer noch Spannung. 10 Volt oder 8 Volt oder je nachdem. Das heißt, irgendwo im Auto muss ein Verbraucher der Batterie den Strom klauen. Andreas geht auf die Suche. Seine erste Vermutung? Ich muss jetzt mal gucken, ob da irgendwo jetzt eine Lampe drin angeht. Hier außen ist alles aus. Ein gewisser Jagdinstinkt ist dabei, besonders wenn jemand sagt, er war schon x-mal in der Werkstatt und die finden den Fehler nicht. Da ist also der Ehrgeiz hier weg, dass man sagt, okay, es muss doch zu finden sein. Vor allen Dingen, weil es sehr, sehr oft ganz einfache und lapidare Geschichten sind. Irgendein Stecker, der lose ist und so weiter. Außenbeleuchtung? Aus. Radio? Aus. Andreas Marek klappert alle möglichen Verbraucher ab. Dazu klettert er auch ins Wageninnere. Innenleuchte aus. Kofferraumleuchte an. That's it. Und die entlädt dann im Laufe der Zeit immer die Batterie. Und wenn wenig gefahren wird, wird aus der Batterie immer mehr entnommen, als nachgeladen wird. Und irgendwann ist dann die Batterie leer. Da die Batterie völlig entladen war, muss der Pannenhelfer sie eine Weile mit seinem Wagen aufladen. Genügend Zeit, um sich inzwischen den vermeintlich defekten Schalter im Kofferraum anzusehen. Aha, hier ist der Schalter. Ja, drück mal drauf. Aha. Bleibt an. Schalter kaputt. Von außen ist noch nichts zu erkennen. Da hilft nur abschrauben. Ich gucke mir den Schalter an, ob ich hier was erkennen kann, ob hier ein mechanischer Fehler vorliegt oder so. Als der Schalter ab ist, bestätigt sich die Vermutung auf einen Defekt allerdings nicht. Jetzt ist der Schalter sogar ab. Die Lampe ist trotzdem noch an. Das heißt, irgendwo ist da eine Scheuerstelle, die gegen Masse liegt und dadurch die Lampe nicht ausgeht. Das heißt, irgendwo ist vermutlich die Isolierung des Kabels kaputt, sodass der Draht wegen den Autorahmen scheuert und dadurch dauerhaft Strom fließt. Andreas wählt deshalb vorerst die einfachste Lösung. Zack. Diese Variante ist um einiges kostengünstiger als die Variante, die der Opel-Fahrer gewählt hat. Also das erste ist natürlich, war sehr zeitintensiv, aber ich bin jetzt froh, dass geklärt wurde beides und dass sich jetzt herausgestellt hat, dass Kofferraumbeleuchtung war. Und dass ich jetzt nicht jeden Morgen mit dem bedanken aufstehen muss, ob das Auto anspringt oder nicht. Dann kann der junge Mann jetzt endlich zur Arbeit fahren und die kommende Nacht hoffentlich beruhigt schlafen. Andreas Marek muss weiter zur nächsten Panne. Ab nach Spandau. Andreas Marek, guten Tag. So, worum geht's? Mein Auto, der Zündschloss möchte nicht. Probleme beim Schließzylinder entstehen durch Abnutzung des Schlüssels und auch der Zuhaltestrifte im Zündschloss, sodass irgendwann der Schlüssel zum Zündschloss nicht mehr wirklich passt und dann hakelig ist. Ich habe das schon halbe Stunde probiert, aber mit Zündschlossöl reingemacht. Blockiert irgendwie. Andreas will wissen, ob das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist. Hat angefangen so ein bisschen, aber wie ihr sagt, man... Haben Sie ignoriert bislang. Arbeit hin, Arbeit zurück. Ja, okay. Bei so einem kleinen alten Aschenbecher. Meistens merkt man das vorher, aber viele Kraftfahrer warten dann doch bis zum letzten Tag, bis sich das Zündschloss nicht mehr so einfach drehen lässt. Nun versucht der Pannenhelfer, den Schlüssel im Schloss zu drehen. Doch auch er hat zunächst keinen Erfolg. Fühlt sich erst mal nicht gut. Doch, fühlt sich doch sehr gut an. Da ist es schon passiert. Ja, alles schön. Ich habe es also jetzt freigekriegt. Ich kann den Wagen jetzt starten. Sie fahren bitte in die Werkstatt jetzt auf direkten Wege, ohne den Wagen auszuschalten und sagen bitte einen neuen Zündschloss-Einsatz. Also es ist häufig so, dass die Mitglieder vorher schon mal lange selber probieren, bis sie uns anrufen, weil das Schloss klemmt. Manche kommen auch auf die Idee, dann Sprühöl schon mal einzusetzen und versuchen dann weiter. Wenn ich dann komme, gelingt es mir sehr häufig, das Schloss doch zu drehen. Der Fahrer muss dennoch sofort in die Werkstatt. Beim nächsten Mal könnte das Schloss sich nicht mehr bewegen lassen.